Hast du einen Kofferraum oder brauchst du einen? Doch, packen wir den Kran. Ich bin sehr amerikanisch. Wir können hier ein neues Rap-Video drehen, ey. So, Tag 2, Waterpalooza, Samstag. Es geht gleich früh los für dich heute, ne? Ja, irgendwie zwischen Viertel vor 10 und Viertel nach 10, erstes Workout, aber auch ganz dankbar. Also, das ist auch die Zeit, für die man sonst schwimmen geht. Also, das Rudern, Schwimmen, Laufen. Irgendwie... Irgendwie ist es okay. Ich habe nur ein bisschen keinen Bock auf kaltes Wasser. Also, so richtig kalt, weißt du. Du denkst, okay, wie schwimme ich, aber wenn du nicht ab... Ach, bla bla bla. Du hast doch viel mit Bente geübt, ne? Ja, im Hallenbad, ne? Na ja, gut, ja, okay. Morgen, Morgen, Morgen! Morgen. Morgen. Danke. Morgen. 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 Geile Nummer, Alter. Du bist ja gerannt, ey. Da wollen wir keiner auf den Sack gehen, Alter. Hammer Nummer. So, die anderen fahren jetzt zum Strand. Wir machen ein kleines Fresserchen, ja? Ja. Hilft ja nichts, ne? Ne, ist so. Ja, warte mal. Extra noch für die Kids vorhin geholt, ja? Ja, für Noah. Ne. Das war die Irrens heute, ne? Achso, du hast ja schon eins gemacht, klar. Denkens, magst du einmal die Community der Hipster auf Doom grüßen? Ja, soll ich jetzt die Fans von Hipster auf Doom grüßen oder sich die Hipster? Einer steht doch hier, aber soll ich hier jetzt grüßen? Wo ist denn der andere überhaupt? Der macht Pause. Der ist am Strand, ey, während ich hier arbeiten darf in freister Sonne als Weißhaut, ey. Ich hoffe, die Menschen, die jetzt vom Fernseher sitzen, wissen, was hier gerade passiert. Dass hier der Herr Maximilian Kelm sein letztes Hemd quasi verscherbeln muss, um seine Energie hier, der verballern hat. Er hat schon nach Schmerztablet gefragt, weil es ihm nicht so gut geht. Weil aufgrund der ganzen Energydrinks, die er sich hier reinkommt, tut der Zahn weh und so. Also im Endeffekt, ich habe gerade eben einen heulenden Maximilian Kelm getroffen. Das ist so viel dazu, liebe Fans. Sauber. Ansonsten bin ich einfach froh, dass ich den Schagen hier in seinen Dahlen mit so einem Sick. Können wir das aber ganz, ganz festhalten für die Menschheit? Danke. Weil keiner will meine nackten Füße sehen. Ja, so alten Männerfüße, das ist echt nicht schön, ey. Smell it, smell it, smell it. Ja, das hat ich hier barfuß auf dem Dixi-Clo war, das ist besser geworden. Alter, das ist ein richtiger Karadaten, ey. Ich sag mal so, sick is good. Sick is good. Ja, viel Erfolg, ne? Ja, danke schön. Was ist die da jetzt gerade? Ja, scheiß drauf, das hat keiner gesehen. Wie fühlen Sie sich an? Ja, du hast überhaupt gut. Das ist halt ein Schulterricht. Da ankomme, habe ich ja schon schwere Overhead Squats, die nicht so schön sind. Handsome Push-Ups. Das wird schon scheiße. Ein kleines Shirt auszuziehen, ne? Das ist das einzige, weswegen wir hier sind. Ja, rechtzeitig, ne? Komm mal, jeder. Sein Competitor möchte auch nochmal, sie auch nochmal warm machen. Oh, it's okay. Ja. Du meinst am besten gleich ohne Shirt raufe? Ja. Das muss raus schneiden, ey. Die Leute reden. Das schneide ich aber auch so was von rein, ey. Ich dachte erst, äh, do me a favor. Ich meine jetzt, ob sie fragen, ob sie mich vielleicht da hochwerfen darf. Eigentlich auch schon, are you famous? Ja, yes, I am. When will I, will I be famous? Du, 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 du kennst das Lied? Du kennst es nicht, du kennst es nicht, du kennst es? Natürlich nicht. Aber ich mach Black Bars, ich mach Black Bars und jetzt... Nee, nix Black Bars. Okay, ich dachte, du meinst jetzt... Da hast du gar nicht geliebt. Wer kennt das Lied? When will I, will I be famous? So, äh, britische... Junge, mach dich jetzt warm, ey. Ja. Ja. Will I, will I be famous? Das ist... Hier we go. Master's Men, 48-44-2 Mission. 5 Sekunden. Das war doch eine schöne Nummer, oder? Es sah wirklich aus, als hätte es Spaß. War nicht schlimm. Aber mein Rücken hat dich gemacht. Das ist so krosse der Ansage. Ich hätte echt schneller gekonnt. Was macht denn hier so eine Kette eigentlich? Aber mein Rücken. Ja, dann bist du vielleicht zu schwach, Charles. Im Unteren, wirklich. Oh, Alter. Oh, Alter. War geil, ne? Ja, war schon gut. Es sah schon gut aus, ey. Hochverehrtes Volk, jetzt da ihr euch versammelt habt. Zieht euch mal was an. Oder was? Also, Frechheit, oder? Ist da hier kein... Aber manche sind ja diese Hai-Anzüge, Badeanzüge für 25 Meter schwimmen. Oh, ich bin doch in die Vöbellaune, du. Von hier oben runter. Da sieht er gerade meine Leaderboard und kriegt gute Laune, oder was? Ja, wollen wir euch den Tag nicht vor dem Abend loben. Da lagen die Onkel schon. Und unten. Da bin ich ja nicht. Das war auch da drin. Das war immer drin. Ähm... Und... Ein Worker ist ja noch offen. Die Punkte... Die Pressierung vom... Ruhschwimmen, Run, Run... Die sind noch nicht drin. Aber das war ja nicht der schlechteste Wettkampf. Vielleicht pack ich ja noch. So, ab nach Hause. Ja, reicht, ne? Die Schicht als Poolball fängt an, für mich. Ja, stimmt. So schön was zu futtern. Das ist ja das Beste an diesem Kack-Sport, ne? Hast du Essen jetzt? Ja, du hast Kack-Sport. Du musst was essen. Ich wäre ein guter Sportler. Nee, aber du hast dich jetzt die letzten Tage auch so zurückgehalten, was Essen angeht. Also, ich hätte gedacht, du frisst mehr Carbs. Was? Ah, ich hab jetzt abends, wenn ihr gegrillt habt, hab ich mir jetzt nur so eine Schüssel Reis gemacht. Ah gut, okay, das stimmt. Und jetzt schon so Carstenmäßig und meist war archais. Esst schon ganz ordentlich. Also, esst eine Menge. Na komm, hopp hopp. Rein mit dir. Da. Das ist schön.